3 ein aber wir haben den Handel erläutert eine Runde verlieren wieso nicht und weil mein Vater Apotheker ist komplett die Zeit hey da hat die Waffe Junge da gibt's Waffen bei Pussis wir sind aber versteckt wir sind Terroristen wir sind keine wir sind Terroristen aber keine Diebe dazu dürfen sie nicht nehmen bei Pussis zwischen Titten Jules unterbricht mich und labert selber nur Scheiße unten die Tür ist offen ich weiß gar nicht wo ich hingucken muss ich weiß nicht mal wo ich hinlaufe super jetzt bin ich am Spawn wieder gelandet bin einmal durch eine Rente gelaufen und war wieder am Spawn was jetzt Bananen Dome Klessch Kuten Karten Koten Koten dann sieh mal auf auf Dachlauer. Alter Julius, du hast mir meinen Ace versaut. Ich hab zwei Kills gemacht, Max. Nein! Doch, hab ich. 80% du Genie! Hä? Lol, ich hab doch da... Ok, Counter-Track fackt grad hart ab, hab ich sonst gekriegt. Ja, du! Max, kannst du einmal freundlich sein? Ja gut. Äh, kann mir grad eine Erklärung, wir haben grad Waffen gekauft. Julius, ich liebe dich. Das war genug, Julius, seid ihr. Ja, kann sein. Und ich bin trotzdem letzter Mann. Ey, guck mal. Diesen Wagen. Braucht jemand? Hilfe! Hilfe, Jungs! Wieso hilft mir niemand? Ja, wenn du schreist, hilf da und dir Hilfe sagst, aber du schreist immer auf dem Niveau, Alter. Was war das du? Leute, hilf mir doch! Du bist schon tot, du darfst das nicht mehr sagen. Ich bin in Gefahr, bitte helfen sie mir. Schieß, Marcel. Was denn? Nice! Komm, nächste Headshot. Durch diesen Karton kannst du durchschießen. Karton? Karton? Ja gut, vielleicht, der war Verrungen nicht. Ja. Ich glaube nicht nur Counter-Strike ist am facken gerade. Ja... deine Mama auch gerade. Alter, lasst doch mal die Worte-Witze! Sieh dich witzig! Ok, Judas. Dein Vater ist gerade am Haar. Andern facken. Pass auf, André, links. Dort, bei der Tür, vorne links. Ja, dort könnte einer sein. Ne, ist mir egal, schau nicht hin. Ich bin schon gerade. Ja, pass auf, auf Wend. Schieß mal einer in Wend dran, bitte. Ah ja, hier ist ja Geld. Oben, 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 oben. André endlich seine Arbeitsspeicher kaufen. Und Julius, endlich neues Gims. Nein, der ist in Wend. In Wend, André, schieß in den Wend rein. Ja, das ist Wend. Ja, das ist ein Schuss. Mehrmals. Baller einfach rein. Der zeigt mir aus. Ja. Alter, ist der in der zweiten Runde? Was für ein Lappen, ey. What a Lappen, bitch. Ach, Joko. Okay, bleiben wir alle drin, ey. Ja, sollen wir auch, warum seid ihr rausgegangen? Nein. Doch, Julius. Warum seid ihr rausgegangen? Nein, doch, Julius. Julius ist raus. Ihr müsst einfach nur in diesem Scheiß Ding bleiben und keine Runde verlieren. Weil, wenn wir Runde verlieren, wird's schon schwer. Ich gehe rechts hoch. Macht irgendwer ständig oben Tür auch Tür zu? Nein. Nein. Ich nicht, nein. Ihr Monkos. Alter, da ist ja voll viel Cash in dem Auto. Ja, Mann. Sag doch, wenn du aufnächst eine Vollbahn kaufen willst, machen willst, abnimmt hier nicht. Du kennst dich. Ich will Vollbahn. Hey, das hast du schon eine Mütze an, Julius. Hat gerade jemand in den Wend geschossen. Alter. Ich hab's gerade so bemerkt, mich oben rechts was gesehen hat. Ich hab so richtig deine Augen gesehen, die sie so aufgingen durch die Frauen, weißt du. Einer ist tot, der war auf dem Dach hier, den hab ich gekillt. Auf dem Dach. Auf dem Dach. Auf dem Dach ist nicht tot. Ja, der war aber nicht von der Nacht, vielleicht. Der läuft auf dem Dach rum, aber er ist tot. Loll, die sind schon drinnen, Jungs. Die sind bei der Rampe rein. Rampe. Habe ich. Ah, okay. Ich hör mal aus der Regeln. Der sitzt mal. Seid mal ruhig. Ja. Sauf jetzt. Au. Au. Du bist hart auf dem Dach. Der kommt hier. Der kommt hier. Nicht. Wetten schon. Der messert sich jetzt gleich. Wetten nicht. Der kommt von oben. Obentür. Der kommt von oben. Obentür. Der kommt von oben. Höhre. Geh durchs Fenster schauen los. Nice. Wunder schon. Der ist aber Zeit gelassen. Ja, ich habe nichts gesehen, Alter. Mach die Scheiben sauber. Seid mal leise. Der kommt. Schade. Ey. Scheiße. Bob Ross. Er hat dich gekillt. Der zeichnet gleich nochmal was. Ich glaube ich werde Lehrer. Dann schreibe ich die Schüler immer an. Das würde ich ja auch gerne machen. Warte. Ich bin Lehrer. Nein will ich nicht. Der wird doch nicht mal scheiße. Also was schaut wer? Ich schau Ramp. Kein Loki. André komm her. Wer bist du? Hier ist doch ein Ventilator. Ja. Ventilator. Das macht der Ventilator gar nichts. Ja. Warum? Der ist von Aldi. Der ist von Aldi. Der kam. Hahaha. Ich weiß doch gerade gar nicht warum ich Aldi gesagt hast. Das ist auch nicht so recht André. Eine Mutter arbeitet doch bei Nel. Hahaha. Roller Placement. Tot. Weitkirch. Was? Deswegen habe ich mich verlaufen Leute. Schon wieder Soundprobleme. Leute wisst ihr was ihr immer machen müsst ihr müsst die Waffe leerschießen und auf den Boden legen. Da ist ziemlich viel Geld drin. Ja guck. Nehm ich. Kann ich nichts tun. Das gut. Ich glaube Kirch ist offiziell. Ich habe mich nicht alles gestrautzt. Der ist schon ein Wurtur. Der ist da. Der ist hoch. Der hat halt halt hinten. Oh Alter. Einer kommt oben durch die Tür durch glaube ich. Hä? Wie hast du jetzt gepalt ist da drin einer ist? Nimm keine. Ah ne das war ich. Ach ja durch die Dek 40 und 2. Wo? Äh links oben. Nehmt an der Geist. Daher in diesem kleinen. Zähn. Letzte 60. Ich hab ne harte Latte. Oh fuck. Die haben sogar nichts gesehen. Latte oder den Typen? No. Gar nichts. Oh Gott nein. Ich wollte gerade nein. Oh Gott nein. Das sagte Oh Gott nein ich wollte gerade nein. ich wollte wo ist die Geisel hin? dieses Out-of-Business lauf! der Typ und die Geisel sind durchgerutscht wahrscheinlich hat man seine T-Rack bekommen, bloß in die CS HACKS! HACKS, NO CLIP ich sehe schon wie gewinnt und dann sieht man es halt T-Rack also selbe Position, oh ich habe erst mal, na nice 30% verloren, weil ich blöd war was? gelogen was? nein, ich habe 30% verloren das klang gerade eher wie den Anfang von dem Lied ich habe ne Köter genannt ne Kötergranate und ein Door ist auf Achtung Flash Hunger gelb passt immer auf auf diese Fenster oben sag ich jetzt nicht so also gelb pass auf sonst kommt die und haut die aufs Maul Einer ist da oben sonst hauen gegen, komm gegen das Maul oben schau ich schon, oben Tür schaffe ich oben Tür schaue ich auch schon ach ja, na dann schaue ich was anderes haben wir alle oben Tür? ja, nice ja gut, dann schau einer von euch oben Tür nice ihr Fisser verfickte Fisser ey, er hat ne, er hat ne Cooper Galaxy ich finde die voll geil ne Cooper Galaxy? Cooper Galaxy was? das ist ne Cooper Galaxy die ist oben im Links, oder? LoL, der Schluch haben ja gegen geflogen uh soll glück hat er keine Ge Bier ich habe ihm 93 gegeben der ist laut was soll in Luna was soll ник der hat 7% dream wie? sorry das ich die angeschossen habe Ich war mir gerade nicht sicher, ob wir CT oder T sind. Ich wusste nicht, ob wir die T sind. Wir ballen einfach alle dieses blöde Haus nieder. Alles klar. Alles auf jeden Fall. Selben Positions, Mädels. Mädels! Mädels! Geh mal aus dem Weg rein! Die Granate. Ich bin auf jeden Fall bei der einen Geisel. Oben Tür, oben Tür. Oh, hat mich geschossen. Alter, der hat mich mit der fucking UMP gesnipert. Pass auf, unten kann ich nicht mehr RAM checken. Jungs, einer sollte dort hinschauen. Den großen Eingang. Alter, Rack. Das ist nicht gut. Wer will lösen. Ich bin alt. Zum Glück reagieren die gar nicht drauf. Mates werden angeschossen. Nee, dafür werde ich nicht bezahlt. Alter, Julius. Kann doch nochmal lachen. Nein, Julius lacht immer so bei ihnen. Ja. Ich lache immer wie ein See-Otter. Ein was? Ein See-Otter. Ich habe gerade einen See-Otter verstanden. Also, was ist ein See-Otter? Ah, ein See-Otter. Aha. Aha. Outside, outside, outside. Die kommt entweder unten und die Tür. Was soll sie kippen? Das Fenster. Das war jetzt ein Spruch. Hä, was? Wer dreht für ein Spruch? Ähm. Da ist unten einer. Bei der Garage. Ist irgendwie alles in der Garage. Merkst du das? Halle? Ne, eine Lagerhalle. Oh nein! Da ist unten einer. Die komische. Dicke Pussies. Alter. Hast du gerade... Hast du gerade... Hast du gerade... Ja. Alter. Hast du gerade gesagt Dicke Pussies? Ja, Alter. Ja, weil der Typ... ...Mushy-Bilder hat. Mit Titten. Immer noch auf Geraden. Ja. Da ist die Dokumente. Da. War er da? Junge. Stirb doch, Mann. Jetzt gehe ich raus. Jetzt reicht es. Hey, ich habe irgendwo... Das ist der Letzte. Über mir. Steppt irgendwie raus. Ich habe es geschafft, in einer Runde meine ganze Kompla... ganze AK zu verschieben. Ich bin schon wieder an einen Punkt angekommen damit. Ich bin echt an einem Punkt schon wieder angekommen. Nimmt's ich geil. You shall not tank. Flackbank. Flack. Flack. Easy, Jungs. Gute Flash, oder? Danke. Ja. Ich war nicht so schlecht. Der legt das auf. Ist aber sugar-free. Äh, das ist ein Mangibus. Ja. Hey, ich habe schon 8 Punkte. Nice. Nicht, dass du heute noch übertreibst. Ich sage gleich nach dem Game. Uprang. Er ist cheating, Leute. Ich gehe wieder... Oh, Rick. Oh mein Gott. Wiesst du, wir gewinnen? Hauch-hoos. Ja, dumm, Rick. Hauch-hoos. 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 Ja, habe ich nicht hauch-hoos gesagt? Gott, das ist wegen ja. Was? Nein, nein, nein. Mann. Hauch-hoos. Könnte methodisch das ganze Dach zerballern, oder? Theoretisch. Mit NGF, ja. Aber wer steht schon auf Theorie? Wend! 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 Was ist mal André? Was denn? Der ist immer noch Wend, oder? Haha. Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass einer auf dem Dach ist. Ja, der ist tot jetzt. Ne, da ist noch einer. Der ist gleich drunter gesprungen. Kommt über die Tür, glaube ich. Ja. Tür ist weg. 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 Und weg. Yes. Nicht wahr. Ja, alles klar, Julius. Level 2. Nicht wahr. Oho hohohohoho. Oho hohoho. Oho hohohohoho. Sooo. Jo, was Sel travels rein. Florian? Lass ihn rauskommen, ok? Und dann draußen f**ken wir mit dir. 영ike f**ken harmlos. Oho sch****ne. Alter! Wir haben die Runde gewonnen. Weißt du? Nein. Wir sind auf der voll Serious-Mission. Jeder konserviert sich. Naja, mehr oder weniger. Jeder kämpft gegen den Anderen. Kyrin Reef kämpft uns fast. Alter, piff die ab! Easy! Weißt du, was ich manchmal mega witzig finde, Marcel? Was? Was, mega? Ich hab auch mega witzig. Das würde ich auch mega lustig finden, Jungs. Alter, was? Mann, krass! Was ist denn, André? André hat mich gerade mega hat probiert. Loll. Hurensohn, Digga. Ich hab einen Half-Life gemacht. Das schaut doch bloß gesagt. Dropsy-Mopsy. Wieso? Das ist aufgehört. Ahhhh! Nice! Alter, die Jungs, wenn's ballert! Oh Gott, die Box. Einer ist da. Das ist aber sugarfree. Nein, ist wunderschön. Was soll? Auf die Tür auf! Er ist sogar extra für mich. Einer ist da. Das ist aber sugarfree. Okay. Los! Puff! Nein! Schaut raus! Alle auf Dach! Ja, Alter! Seid doch ruhig! Sorry. Hab ich doch! Alle Dach, haben wir gesagt. Panik as fuck, Alter. Das wird jetzt schwer. Will jemand Negev? Ist aber sugarfree. Bisschen Angebot, aber... Okay, Jungs, aufteilen, ne? Jo, ja, Max. Ja. Bei... Nigger, was geht? Geht auch endlich. Ah, soll ich der? Ja, wir sind hier. Komm her. Bei Netto gibt's Radwulfen auch noch 90 Cent. Echt, voll krass. Ja. Ist aber sugarfree. Ist mir egal. Du. Äh... Und nicht gekühlt, na dann will ich's nicht. Ich glaub, die haben's lange und gelernt, dass ich mal durchwenden komme ich jetzt mal nicht mehr weg. Ja. Ja. Gute Idee. Die haben's gelernt, ich und ich, ich hier dort. Ja, Judas, geh auf diese Leiter dort drin und chill dann dort. Die Treppe! Ja. Ja. Ja, lass ihn, lass ihn reinkommen. Ich kill ihn dann schon. Marcel, ich mach jetzt nen... Wallback. Achso, du bist hier nicht mehr da... Doch, du bist doch da drin, oder? Nein, ich bin tot. Oh. Oh. Da liegt ne AWP. Der hat ne Habe. Das tat weh. 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 Neeeeine! Das ist ja der Amitier Andrey. NEIN DU IDION! Ich habe sie hier mitgenommen! Genius! Wenn du mich jetzt killst im Fliegster, solltest du das nicht tun. Kill ihn! Nein tu's nicht! Soll ich für dich? Nein, tust du's auch nicht! Soll ich erledigen Andrey? Nee nee, brauch's vor. Ich rechne später bei ihm. Ja gut! Und die später, wenn ich fragen darf! Julius! Achso, äh. Andere. Weißt das? Und wie später? Eigentlich hätte ich das ja kurz gewartet. Nein, das ist nicht gut. Peter. Peter? Alter, danke. Danke, Leute. Weiß ich nicht. Konzentration? Unten da bei dem... Da wo... Sagen wir mal meine Garagentür. Meine Garagentür? Links unten. Wopsie. Der hat ne Haare. Oder so. Oder irgendwas, wo man ran bringen kann. Naja, aber wie ist das weh. Alter, what? Ja, Alter, ich hab keinen. Oh! Loll, das war echt geil. Das war Lucky S. Juh, Sucky, Sucky. Du Bastard! 27, Marcel! Schieß mal! Es gibt zwei Geißeln, Marcel. Die holen sich jetzt auf die anderen und verpissen sich. Zwei Geißeln! Ey! Mach Pizzi an! Nein! Jetzt komm! Spitzis, komm! Spitzis, komm! Spitzis, komm! Ja! Mach Schieß an! Wings! Ey, ich stirb gleich so hart. Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Lauf! 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 Er machte sehr gut! Nice, Marcel! Nice, Marcel! Nice, 3! Haben wir gewonnen? Verloren? Ja! Welche Schuld war's? Deine, ne! Ah, Max, ey! Na, auf jeden Fall meine, ey! Du Bastard! So, wir, wir, am besten, am besten positionieren wir uns ein bisschen um, okay? Nein! Mein, mein Versteck, wussten sie mittlerweile so sehr, dass die einfach Wallbang gemacht haben. Ne, weil man muss ja so voll serious aufbreitet. Äh, Andre, bewegst du dich noch? Ja! Ich atme! Ich hab' gerade ein Lied gesucht. Ah? Antis, der beim Zockmusik. Bum, 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 Das war recht blöd von mir! Bبي, come, doktor BOM, doktor Biybe, come, doktor Hey, bby Einer Grüße immer Baby, baby, baby Rauks seltsam What? Hütte dafür versorfen Einer mag dich André, schau, Wendt. Alles klar. Der ist auch da. Wunderschön, Mädels. Alles klar, ich hab einen Kill gemacht. Das sieht ähnlich, ja. Nein, nein, aber ich hab einen MVP bekommen. Achso. Okay. Ja, für einen Kill. Ja, eben, und er hat einen Kill gemacht. Ah, nice kill. Ja, wir verwechseln. Majo mit Max halt. Majo? Majo. Majo. Also von der Stimme her, oder von was? Echt? Vom Aussehen. Genau. Ja, weil ich auch Cargo und Trucki viel zu groß bin. Alter, so viel zu groß sind wir die gar nicht, du Bastard. Äh. Ey, guck mal, dass ich ganz vieler Cast. Neun Stück. Und wir müssen jede Runde eine kaufen, Junge. Okay, das ist alles. Also. Ich hab grade Automobil Paris. Genau, Digga. Beim Haupteingang. 51er. Aber noch. Nice, eine Tür. Hürre. Habt ihr den Haupteingang gekillt? Gib uns was macht du. Wasch doch nicht. Bisschen. Ich hab grad einen Mengenabend den Gegner zu töten. Nice, wunderschön. Ohhhh. 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 Ich schmeiß es hier. Okay. Wisst ihr was wir probieren sollten? Wir rushen alle Wend und warten oben auf dem Dach. Ja, man. Lass uns das mal machen. Ja, aber das ist jetzt so. In der letzten Runde, okay? Letzte Runde machen wir das. Ja, man. Ich hab überhaupt kein Herz gemerkt. Nein, es hat voll geklappt, unser Plan. Ja, wir machen es in der nächsten Runde. Hörst du mir nicht zu? In der letzten Runde, hab ich gesagt. Also letzte, nicht nächste. Alter, du klaut den Killer. Alter, der hätte mich sonst gekillt, du Genie. Alter, ich hätte ihn schon gekillt, man. Das ist doch voll drüber. Püree. Einer steht draußen. Püree. Okay. Ja. Danke. Guck mal. Hinted. Kein Problem, Digga. Ich will dich auch. Ja, das bist du. Leute, mich hat aber niemand getroffen. Nee, nee. Nicht vom Leben. Aha. Nein. Nein. Leute, da hab ich gar nicht hingeschaut. Neeeet. Kerl am Arm. Kaks, 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 fox. Halt's mal. Komm, zeig einmal deinen Kopf. Du blöder Bastard. Alter. Sorry, ich meine Schuld. Alter, Alter. Wow, Alter, what the fuck. Oh, hat er eine AWP? Ja. Toll. Das war knapp. Ach. Der hat er da hoch. Hatte ich auch vor. Jetzt bin ich runter. Runter. Neee. Neee. Wenn ich nicht tun. Bitte fall runter. Bitte fall einfach nur runter. Bring auf ihn drauf. Bitte. Ich messer ihn. Ja, im Flug. Oh, wenn du das machst, du kriegst instant. Alter, bitte versuch's. Du kriegst instant einen Doppler von mir wieder. Du hast nicht mal einen Doppler. Naja, ich kauf halt dann eins. Mh? Eins, mh? Bitte versuch's, Alter, wenn du das schaffst, ne? 1, 2! Stress! Quattro! Alter, warum könnt ihr beim Laufen schießen, Alter? Weil wir gut sind. Beim Schießen. Beim Laufen. Schießen? Ja, ja, ich... Beim Scheißen laufen. Oh, mach's halt. So, ist die letzte Runde, Jungs. Jetzt, jetzt rushen wir alle, äh, Dach. Passiert Marcel manchmal. Okay? Alles klar. Die Kötergranate ist am Schluss. Ja, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. mit ihr wir machen aber keiner jetzt hallo hallo das hat er eine sohn mit der schrothflinte jungs wo seid ihr denn alter marcel du bist so ein kompetentes stück schluss das war nicht doch das war andere das war nicht mal andere er er ist so du bist ja auch jetzt jetzt mit also mit der feste die an der feste das hetzt gerne jungs achtung ich muss ich was erzählen durch diesen sound kann man nicht durchschießen Ah, Julius. Muss das sein? Alia Beckett. Leute, die Rushen! Die haben Outside gerusht. Also zwei auf jeden Fall. Pass auf. Passen Sie auf, Jungs. Andre, nice, Andre. Das war so bis zu ein Tier, Junge. Du bist so. Ah, das ist so. Die Schaffung. Bundeswehr holt es bei den Geißel und dann hat es nur. Das ist die Freaklicks, Alter, wenn die jetzt auszutreten. Bin im Bett, wie ein Waschbär. Ja, ich bin ein Bett, wie ein Waschbär. Ja, ich bin ein Waschbär. Es ist ein Donut. Ich bin ein Donut. Ich bin ein E5. Daher auf E5. Waschbär. Wir freuen einfach deine Geißel. Nein! Ja, kein Ding. ein Ding da in der Luft mach 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 du musst warten fast er hat sich zu viel bewegt gell es ist ein Spiel funktioniert ich aber immer voll unlogisch ich lese jetzt auf Englisch was du liest ist auf Englisch also ich habe verstanden lesen was liest du denn dein Auto ich lese jetzt auf Englisch ja ich wusste mich behalten ich wusste niesen so ist das einer wollte rushen hat sich in der Eddy eingefangen der Hurensohn was habt ihr mit euren Hurensohn das heißt Huren Huren das heißt Huren Huren das war in meinen Mönchel drin ist das Ding ihr ernst ja das war dein Ernst so Alter du bist so ein ich wollte ihn wenn ich zu euch gehst dann stehst du auf oh die wo 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 ich hab ihn dran ich wollte ihn messern aber ich hab die Waffen nicht gefunden das war einmal Chaos Alter das war mein Kill du Bastardo yeah Geld dazu hier Tag 9 falls jemand Bock drauf hat und hier noch ein Revolver falls darauf jemand Bock hat ich mach ihn zu Alter Revolver dann spiel damit ich will die Tag 9 alle schießen drauf tötet es mit Feuer ja ja lol waffen die dmg nein rassen die rassen van Alter, lass mich doch mal Warum hat eigentlich keiner von uns gestern auf dieses Plakat Lee's Nuts draufgeschrieben? Ja, auf welches Plakat? Keine Ahnung, auf eins von beiden, was beim ersten Day sein sollte oder sonst so n'n Scheiß Auf was denn? Genau, Alter, du Bastard! Da konnte gestern da kein Privatgespräch von ständig hat sich die Tusse angesprochen, wir sollten so mit den anderen teilen Was solltet ihr teilen? Euer Brot Diese Fotze! Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Ja, keine Ahnung Der, ich schätze mal, der wird da nicht sein, na? Ne, Mann Der hat nämlich nämlich der letzte Gefühl Ich hätt' jetzt mega witzig gefunden, er hätte so versucht, die Geisel zu töten Digga, so retardet wir nicht Ähm Alter Doch, der ist sicher irgendwo wend Benutzt deine richtige Waffe bitte Alter, ich geb' ihm Wund Wund meinst Nein Er macht mit der Maus Ich hab' ihn gesehen Ja, hab' ihn auch gesehen Ich hab' ihn gesehen Der André nicht Nö, das sieht ihn aus, der André Der stirbt doch Nein! 63 in 1 Ichiri, Kiri Das ist echt schade Äh Kiri, Kiri, Kiri Das war bloß, weil ich pupsen muss Ah, set that on a theory Äh, setting on a theory Gib mir nochmal so ne, äh, Ninoschwind Äh, sorry, kein Geld Alter, komm, below Ich kann dir ne Decoy kaufen Okay, ja, ja, Decoy De- Nein Gar Ich muss nicht mehr was anzudrehen als mir selbst Naja Sex Alter Was ist das? Ohhhh 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 Teilt dich aus, Alter Komm, die Scherchen flogen So Ich glaube, es war Wastel hinterher, weil ich mag Möps, äh Alles klar Ich Möps mag Watt Watt Loll Watt Loll Wattel, ich sterb gleich Nicht so schlimm Ohhhh Ich soll rechts von der linken Waffe mit Bullshit Hol dir Katja, hol dir Katja Ja, da war eine rechts neben mir, eine links neben mir Boah, war das nicht Das, das durch den Boden geht, was Alter, komm, wie ich nicht gehe Durch den Boden Ab durch den Boden Wattel, wattel Alter, antrieg Easy Hat einer K Punkte Was, 100 Punkte? Punkte 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 100 Punkte 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 Ich wusste, das Nein, Gott, Alter Ich war mir irgendwo sicher, dass jetzt was blödes wieder von André kommt Ice next Ice next Ice next Geil mod Was? Geil mod mod haha Ihr seid, alles klar, seid, seid schlecht Bist 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 Po-sitzig? Boah Video ist mein Mann, der weiß wie man Zeit und Zeit auseinander hält Alter, das war nicht mal ich Hä, halt mich, kein Scheiblich Und ihr seid schlecht Achso Easy Jungs Komm, mit denen haben wir den Boden aufgewischt, würde ich mal sagen Ich bekomme eben natürlich kein Ubrank, auf jeden Fall, ihr hohen Sinne Vor Ngo Vor Rang Ab Rang Schönen Tag No